Hallo und herzlich willkommen bei KRONE Just, den Gebrauchfahrzeug-Spezialisten von KRONE. Mein Name ist Lukas Plangenborg und ich möchte Ihnen heute den Prozess von der Anlieferung eines Gebrauchfahrzeuges bis zum Verkauf zeigen. Kommen Sie doch mit. Nachdem das Gebrauchfahrzeug bei uns angeliefert worden ist, bekommt es eine interne Nummer von uns und wir erfassen es im System. Anschließend geht das Fahrzeug zur weiteren technischen Überprüfung bei uns in die Werkstatt. In der Werkstatt wird der technische Zustand des Fahrzeuges überprüft. Dazu zählen unter anderem die Reifen, Licht, Bremsen und die Achse. Sollten Mängel vorhanden sein, werden diese sofort beseitigt, um die bewährte KRONE-Qualität auch bei Gebrauchfahrzeugen gewährleisten zu können. Jetzt ist das Fahrzeug bei uns im System erfasst und kann neben knapp 1000 weiteren Fahrzeugen auf www.krone-just.com gefunden werden. Hier kann über umfangreiche Filtlermöglichkeiten, wie zum Beispiel Erstzulassung, Preis oder Ausstattung, die Suche eingegrenzt werden, so dass Sie das passende Fahrzeug für Ihre Einsatzzwecke auswählen können. Gerne führen wir auf Kundenwunsch TÜV-Untersuchungen durch, organisieren Transporte und Verschiffungen in die ganze Welt oder unterstützen Sie bei Ihren Zollformalitäten.